Du kannst dann eben nicht leben, dass ich gern über die Pfanne komme. Gangnam Style? Gangnam Style ist doch wohl... Haupt. Gangnam Style ist so 2013. 2012. 2012? Dein Ernst? Ja. So alt ist das? Nein. Gangnam Style ist von 2012? Und Harlem Shake ist 2013. Ja, das war 2013 auf jeden Fall. Februar. 2013 war das. Das war ein echt kurzer Trend. Siehste? Zwar ein starker Trend, aber ein sehr kurzer Trend. Und jeder der es so im Mai, Juni, 2013 war schon so unten durch. Wir können ja auch mal eine Zeit machen. Auf einmal. Und dann noch bei YouTube und die Musik von Harlem Shake. Und dann bist du der, der als erst nur zappelt und ich der dann nachher noch zappelt. Ja. Was ist das für eine Welt? Wolkenlevel? Ach Wolkenwelt, ne? Ja, das ist die chinesische... Das ist eine Wasserwelt. Und wir laufen auf Wasser. Ach, das ist ein Wasser. Ach, das ist ein Wasser. Ah, das ist der Einplayer-Busos. Ne, ne. Ich weiß nicht. Ich kann nicht vor meinen Freunden einfach alleine spielen. Die gucken mir zu. Es wäre langweilig. Ich gucke ja sowieso eigentlich nicht zu. So viel Gutes beigetragen habe ich noch für mich. Warte mal, ich hole mir jetzt erstmal die Münze. Weil die gibt Punkte. Das ist eine komische Münze. Ey, die Musik kenne ich doch nicht. Ja, Kohle. Ohne Ende Geld. Na gut, du hast es leider. Boah. Vor allem, die zerstören sich nicht. Die stoßen sich voran. Oh, wie schön. Boah. Der Buma-Ram. Gold. Den hat man noch nicht, oder? Den hat man noch gar nicht. Finde ich voll cool. Wollte ich auch nicht, dass der Buma-Ram nicht wurde? Warte. Wer darf nicht hoch? Ah. Das ist cool. Hey, wo kommt man da hin? Ah, warte mal. Vielleicht hier durchs Wasser. Echt da mal was raus. Warte, von hinten, von hinten. Ah, machen wir uns nicht alle ein. Ja, ich weiß nicht mal, was das für Dinge sind. Ja, wir haben einen Schlüssel irgendwie. Ach so, am Schlüssel. Du musst hier runter, ist doch nur klar. Ne, ne. Hier, um diese Box zu öffnen. Da brauchen wir auch noch einen. Oh, ich will nicht da durch. Wollt du dir? Die? Oder die? Jetzt sind wir die Hammer. Hey, die machen Timo sprechen. Ja. Kann sein, dass man die nicht töten kann? Ich hoffe, das war's wert. Ja, warte, geh da noch rein. Geh da noch rein, vielleicht ist hier noch was. Ne, mach, geh doch hier weiter. Das ist ja optional. Also, bleiben wir da rein. Ja, warte, warte. Ich hab hier Ball. Ne, geh da durch. So, ich dachte, das wäre der normale. Dann tut es mir leid. Schäm dich mal. Das für ein bisschen. Ich verarsch, das ist der optionale Weg. Ja, okay, hast recht. Bist du doof? Ja, nein. Wir spawnen direkt auf dem Viech. Ey, ich hab ein cooles Power, auch ohne Krone. Ich bin nicht da. Okay, soll ich lenken? Ja, denk du. Ja, denk du. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Ich dachte, ich wäre mächtig. Weil ich Nessi bin, oder wie der Mann. Ne, mach das so nix. Wie heißt der eigentlich? Nessi. Oh. Das geht wie ansonsten was. Guck da, was hat denn gesagt? Ja, das klappt doch irgendwie. Ein Sticker. Danke, du guckst mich. Ey, das war aber ganz im Ernst. Das war viel leichter. Ja, hab ich auch gesagt. Als das, was du eierst. Nein! Boah! Scheiße! Wieso bin ich durch dich so... Wieso geht das? Wie wir einfach nix davon bekommen haben, ne? Du bist so langsam, Marco. Ja, aber ich krieg die ganzen Dinger dazu. Ja, 8000. Ich hab 5.000. Achso, wir wurden 5.000. Ne, passt schon. Ich bin Misser, gut. Ja, wahrscheinlich hast du gewonnen. Obwohl, du hast die ganzen Schwesterding. Stimmt, die haben 1000 Punkte je. Der ist mal interessant. Der Typ kackt seinen Dings aus. Jetzt will ich wissen, wer gewonnen hat. Kann ich mal wissen. Oh. Ah, okay. Was machst du immer alles besser als ich? Ich bin Mario. Wahrscheinlich gibt's einen Mario-Bonus, ja. Mario-Bonus übers Player-Bonus und noch mehr. Natürlich. Oh, wir müssen übrigens Pokémon Stadium mal gegeneinander spielen. Nein! 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 Desaster! Desaster? Ich kann kein Pokémon Stadium. Marco weiß alles wie... Hä? Welches wogegen effektiv... Ja, natürlich weiß ich das. Zehnfach Schwächeln und alles. So, das weiß man doch. Feuer ist gut auf Pflanze. Das weiß ich auch, aber alles andere nicht. Ich weiß nicht, wo gut Käfer gegen ist. Käfer ist gut gegen... Wie du da bist. Seit bloß... Bist du gestorben? Ja, natürlich bin ich gestorben. So, und es gibt keinen Befreiungskraft oder so. In diesem Spiel. Tut mir leid. Wenn nichts über Mario es gibt, einfach... Du schüttelst auch und... Ah, wie die Wormann? Du warst so 10 Kilometer weg. Ja, aber du darfst... Was? Du darfst so lenken. Ohne Spaß. Es darf das nicht. Wie lenkt man da? Gehen. Komm mal. Ja gut, ich hab mir da nicht nachgedacht. Das ist ein Zirkuslevel. Ja. Irgendwie ist jedes zweite Level in diesem Spiel. Beziehungsweise aber... Ja, das ist irgendwie so ein bisschen... Zirkus-Panatisch. Warte. Ah! Also Marco, wir sind ein Team. Mensch Marco. Das ist so cold. Komm her. Warte. Okay. Wir packen jetzt nicht aneinander an. Okay, das hat nicht geklappt. Wenn man einmal gepackt ist, ist man weg. Ja, ist echt so, ne? Weil selbst wenn man es befreit, man ist nicht mehr auf dieser Kontin. Ja, das ist das Problem. So, jetzt müssen wir zwischen die Mitte loben. Yes! Big Mama Dance. Du kriegst jetzt tausend... Der Schnurzeln. Ihr Schnurzeln, wenn die Bozeln. Wenn die Bozeln? Ja. 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 Okay, du hast dieses Level aufgemalt. Das Mutant. Das kann ich nicht überbieten. Das ist der Sticker. Obwohl der Sticker... Für uns kurz ist das nicht schwer eingebaut, oder? Das ist dicker. Nee, äh... Großmauer. Ja, genau. Ja, kann die auch gut. Das weißen... Bin mal ein gutes Power. Bei New Super Mario Bros. 3DS, oder? Ja. Ja. Ich glaube, die Namen haben. Ach, scheiße. Das ist nicht der Weg, den ich hintergeben soll. Ich glaube auch gut. Du musst das beeilen, weil das sind so cool. Ja. Ja, aber was würden wir machen? Wenn man einmal... Oh, du hast echt... Ganz schlecht. Komm her, Marco. Nee, komm rein. Ich verspreche dich nicht mehr in den Tod zu werfen, okay? Nein, das... Die Versprechen sind irgendwie immer ungültig. Ja. Hm. Oh, hast du das Ende gehört? Was? Ja, aber was? Eine schöne, keine Ahnung, Orchester. Was hast du geplant? Aber ich habe als großer Typ alles leer geholfen. Und wir haben trotzdem keine Sterne geholt. Sterne? Gab es Sterne? Ja, diese... Wo waren die denn? Ja, den einen, den wir zum Schluss nicht bekommen haben. Und den zweiten hatten wir irgendwie auch nicht. Zum Schluss nicht? Ach, denn wir hätten die grönen Münzen sammeln. Ja, du hast ja alle gesammelt, aber auf dem letzten Tag... Ja, auf dem letzten Tag habe ich mich so... Nein. Aus Gnade. Lassen wir mal. Zu viel Ruhm will ich nicht. Ich habe ja so einen Weg gleich hier. Geh rechts ein bisschen. Oh. Das ist aber eine größere Welt, wenn das alles Level sind. Ja. Es ist wirklich... Weg. Na dann... 80? Nein! Ach, schade. Fuck. Lassen wir einfach mal Probleme zu bekommen. Oh, ne. Football-Shucks schlagen zurück. Das will ich aber nicht. Ach, man muss ihnen erst die Helme ausziehen. Hä? Ja, schon. Vom A-Word muss man mal 3 noch drauf bringen. Meine Krone? Mein Stern? Nein. Du bist gut. Scheiße. Du kriegst ein Next. Wenn die so klein sind, dann sieht die gleich aus. Und ich dachte, ich wäre der mit Krone, weil ich eigentlich der Bessere bin. Ich dachte, du wärst der hier. Röhre. Was soll das sein? Röhre. Ach, ja. Schön, dass man für Punkte nicht Leben bekommt oder so. Das hätte uns echt geholfen. Das hätte es. So, und das Rechnen dafür können wir anscheinend niemals reingehen. Doch, wenn wir die alle fertig haben mit alles. Na, dann dürfen wir uns nicht vergessen. Abgeschlossen. Ok, fremdenden Spaß. Grandiose Gras-Steppe. Oh, das sieht aber auch... Das sieht cool aus. Schön aus. Ja. Ach, der hat nur einen Dörfernring. Genau. Natürlich. Ich bin Mori. Mori. Nein, nicht die Katzen süß. Bist du? Ich weiß es nicht. Ach, du bist da. Du stehst, oder? Ich stehe im Schatten. Ich bin so grün. Oh, fuck. Da will ich doch gar nicht hin. Schön. Hier halt arbeiten. Ja. Was gab's noch? Ne, hier ist nichts mehr. Weißt du schon. Oh. Warte, kann der sich noch so noch... Warte, geh zurück, geh zurück! Ich kann nicht zurück. Das gibt's. Ich springe gleich mal den Berg runter. Ja. Wir brauchen den. Warte, ich springe mit dir. Das tut man nicht alles für so einen Stern. Richtig. Na, das war jetzt eigentlich noch... Oh, fuck. Warte. 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 Wenn die noch unten liegt, renne ich noch mal runter. Ey, mach doch. Ich glaub, du darfst das eh nicht. Wenn du nicht mitkommst, darf ich nicht. Scheiße. Toll. Bisschen Scheiß, gell? Oh, du bist kein Maurer? Oh nein, nicht schon wieder. Nicht das schon wieder. Warum? Ich hab Hunger. Schon wieder hab ich Hunger. Fuck. Echt? Ja, ich eigentlich auch. Manno. Wir gehen gleich mal los. Menschen skinn da, Mann. Okay. Ich mach das schon. Ich geh gleich mal auf die Jagen. Das sieht so schön aus. Da wär ich jetzt gerne Matchspieler. Aber da gibt's auch nichts zu essen. Guck mal, das ist ein offenes Areal. Boah, das ist ja voll die... Hier, Afrika. Boah, du musst Hasen sammeln. Du musst Hasen sammeln. Erstmal muss ich ein V5 Power-Up sammeln. Und ich bin ja der Löwe, so mehr oder weniger. Oder der Tiger. Und das sind die Gazelle. Ja. Boah, ich jage ich ja in den Ton. Denkst du auch in den Trin bringen? Werden alle gefressen. Oh, der Grüne. Der Dunsternere. Ähm... Ja. Yes. Und aufs Prinzip wird der Letzte auch geirrt. Der Tiger hat drin. Aber du bist viel schneller als du? Muss ich ja auch. Aber bei Mario 64 wäre das nicht so. Ja, aber ich bin jetzt... Da musst du immer mit... Leopard, Mann. Die haben... Können 130 kmh oder so. Das ist kein Leopard, das ist ein Kätzchen. Das ist Mario. Okay. Mit dem Kätzchen-Postion. Es ist immer noch ein erwachsener Mann, der sich... Ja, wir haben ja auch Karneval. Deswegen... Ist das hochgeladen? Jetzt! Auf keinen Fall Karneval. Nee, weil heute ja Karneval ist. Ach, du hast Starn. Stern. Starn. Ist so retard. Oh fuck, die wollen. Okay. Ich mach das. Du machst das vor allem mal rein. Ich mach das vor allem mal rein. Ach, okay, der ist nicht drin. shadr. Ich bin irgendwie confused. Jetzt mach kein Quatsch! Ohhhh! Ich durfte nicht. Du wolltest sie nicht. Ja, ich wollte die echt nicht. Ey, du Quatschkopf... Wieso muss das Spiel 3D wie so neu sein? Ich mach 2D wie so neu sein. Weil sie schon ein 2D Mario für diese Konsole haben. Und die Leute wollen raus. Wir sollen die jetzt nicht einmal ganz raus gelassen. Wir sollen die jetzt nicht einfach Super Mario World genannt. Darauf kam auch noch keiner. 500. Oh. Jo. Ich hab 500 Punkte. Das hab ich eigentlich gemacht in dem Level. Ich hab mir einen Pilz geschaut. Wir haben nämlich genug Punkte für dieses eine Level. Es gibt doch 5 extra Leben für dich. Oder für uns. Das ist ja auch nochmal so ein ganz neues Zeug für uns. Leben Teil. Im Prinzip, wenn wir uns gegenseitig immer diese Dinger runterschmeißen, tun wir uns eigentlich nur selber wieder gut. Eigentlich schon, ne? Eigentlich ist das nicht so ne... Okay, lass mal jetzt richtig Teamartig. Ja, das wird immer noch sein. Und dann müssen wir der Erste der... Ich fahr... Ja, du hast mich jetzt hochgepackt! Okay, das ist... Das ist... Ja, okay. Ich schwerf dich gleich in Bombe. Das sind erstmal alles meine Power-Ups. Schritt 1. Okay, ich kann die dir eh nicht fahren. Ja, das ist aber jetzt doof, ne? Das sind nämlich jetzt doch beide. Bowserbox. So. Das ist nix doch. Das geht's. Boah, Massenmord. Warte, 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 lass mich durch das Röhren. Warte, die muss man dagegen werfen. Okay, du hast es wohl schon mit deinem Leben. Oh fuck, das ist ja Schlucht. Ah, der Grüne. Geh nur mal da lang. Ne, da lang. Was für diese Fliege. Warte, du! Da! Das muss aufspringen. Hier. Schade. Äh, ja. Gelegenheit für immer verpasst. Da wär sicher was ganz schönes. Ey, ich seh doch hier. Irgendwas leuchtet da. Voll schön. Ja, dann hätt's mal zum Sticker kommen können. Ach so! Auch wenn's echt ne Stempel ist, aber man sagt trotzdem mal Sticker dazu. Keine Ahme. Ja. Ja. Ja, ja du meinst. Das ist wieder so ein Mario-Cabu-Stick. Ja. Ah ne. Ach, das ist ein 8-Bit Mario. Den wir frei noch nicht. Ich will die Bauten nicht gelucken, aber ach. Ach, die sind ja in der Luft. Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Ollo Burles. Ja. Ja. Da unten zählen, Mann. Ich seh nix. Hier finden wir einen. Oh, wie schön! Wir haben ein Bild freigeschertet. Dann planen wir noch, dass du das holst, wenn ich das krieg. Ach, immer diese Malung-Pläne anschaut einfach mal. Keine Pläne zu haben. Ich hab gerne Pläne. Du hast die Punkte für die alle bekommen. Guck mal, du hast sie von alleine gestorben, du hast die Punkte bekommen. Ach scheiße. Ah, wer hat Ketze? Oh, ey. Ich seh gar nicht aus wie ein Ketze, ich seh aus wie so ein grüner Blödchen. Wie so ein Typ, der sich gern verkleinert. Wie so ein Typ, der sich gern verkleinert.